es ist noch irgendwo was in der nähe nix mehr dann lass mal vielleicht zum tray dass wir die noch fahren wir fahren jetzt nur nach starry aber wir verkaufen jetzt nicht mehr wo sind wir ein bisschen da unten ja aber wir können auch nach balota fahren wie weit ist es immer nach balota fährt perfekt schenkt sich glaubt nicht schütze raus ausgestiegen von unten ich weiß nicht sie ja ich auch schießt da alter irgendwas großkalibriges mit einem fahrzeug wahrscheinlich versuche hier die kisten zu kommen aber eingetötet das sind die nicht mit mir alter nicht mit dem kommander das sind die sicht weiss nicht ob ich den getötet habe ich glaube ich kann es nicht bekommen ne der dreht sich gerade um jetzt ist er tot ok die waffe die ich habe hier ist einfach für den müll scheiß schallgedämpfte kacke 600 meter madron dünn wenn du nach rechts weg guckst ganz oben der erste baum da liegt ja in der polizist dünn der das der 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 was mann alter die beine gebrochen wollte ich mich verarschen ja ich stand in einem baum und hab mir wohl an einer fucking dingens fucking ist die tante ja na tante mein bein gebrochen hat er sich jetzt verpisst oder was hat er schiss gekriegt ich laufe gerade durch den wald nach oben ich habe einen Hubschrauber ich sehe ihn tot in 3 2 1 wo von meiner position oh keine munition mehr wo ist er weiter links bin ich schon nah dran oder hinter ihm aber ich muss mir eben gucken dass ich mir denke ich mache das schon mach dir mal keinen kopf du bist genau über ihm ja ich bin über ihm ja lebt er noch jetzt nicht mehr ich habe ihn noch zweimal gettet dreimal gettet ich meinte auch schon die todesanzeige gesehen zu haben der schießt noch laufe direkt auf ihn zu ne weiter von dir aus nach links der muss tot sein da war schneller weiter nach rechts an dem braunen bäumen voll an dem braunen ähm ne das ist ah ne das scheiß von dir aus links natürlich ah fuck ey von den mehreren kleinen tannen die da vor dich sind jetzt von dir aus jetzt rechts ja genau dann tot sehr schön sehr schön wirtschaft ich guck mal eben 600 meter zirka alle gg ich hab mit der waffe meinen rucksack da gepackt was haben denn für eine waffe denn ich wäre das ja g xm 2010 oh das weiß man doch achso ne m249 so groß ist es wüsste ich nicht mehr aber jetzt weiß ich es wieder ärgerlich ja das war nice guck mal oh da ist so gut dabei mit der waffe die wir hier gefunden haben den anderen müssen wir noch looten naja ich komm gerade zu dir ich hab den von dem wieder genommen ich hab den von dem wieder genommen ok was hatte der ähm den tschechischen also noch einmal ich kann grad nicht schießen Wollten die wahrscheinlich für den hier Der hat aber auch noch eine Waffe im Kofferraum Die Waffentasche war kleiner als die Oh der hat ein M4 M14 Scheiß drauf Die fixen uns voll an und dann noch abgenudelt Da kamen die alten Skills wieder